Das heilige Evangelium steht geschrieben bei St. Lukas im 17. Kapitel. Die Masken können nun abgenommen werden. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen, man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah in den Tagen Noas, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Loths. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Zurzeit sitzen in Glasgow in Schottland wieder Politiker aus der ganzen Welt zusammen, um auf der dortigen Weltklimakonferenz wieder einen Versuch zu unternehmen, diese Welt zu retten. Die Berichte der Wissenschaftler klingen alarmierend. Das Leben auf dieser Erde könnte sich in den nächsten Jahrzehnten drastisch verändern, wenn nicht sehr schnell energische Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Doch wie kompliziert diese Gegenmaßnahmen umzusetzen sind, zeigt sich schon allein an der Tatsache, dass die Teilnehmer der Konferenz mit nicht weniger als 400 Privatjets dort nach Schottland geflogen sind, jede Menge Treibhausgase in die Luft geblasen haben, um dann anschließend darüber zu beraten, wie man den Ausstoß dieser Treibhausgase reduzieren könnte. Die Erderwärmung begrenzen, den Klimawandel bekämpfen, das sind hehre Ziele, gegen die eigentlich keiner etwas haben kann. Kein Wunder, dass sich dann auch schnell Kirchenvertreter diesen Forderungen anschließen und sich auch gerne an die Spitze der gesellschaftlichen Bewegung zur Rettung dieser Welt stellen. Und so marschierte gerade neulich die Leitung der evangelischen Kirche in Deutschland geschlossen bei einer Fridays-for-Future-Demonstration mit. Denn selbstverständlich ist die Kirche immer auf der Seite der Guten. Nun ist es natürlich eine Aufgabe von uns Christen, darauf aufmerksam zu machen, dass uns Gott die Erde zu einem sorgsamen Umgang anvertraut hat und dass wir vor allem auch eine Verantwortung für nachfolgende Generationen haben. Noch zugleich sollten wir als Kirche und als Christen nicht vergessen, dass wir nur aufgrund unseres Glaubens eben nicht klüger sind als andere, die versuchen, Auswege aus dem Dilemma zu finden, in dem wir in dieser Welt stecken. Vor allem aber sollten wir nicht vergessen, dass wir als Kirche noch einmal eine ganz andere Aufgabe haben, als bloß die, die Ängste der Menschen vor der Zukunft zu verstärken. Genau das zeigt uns das heilige Evangelium dieses drittletzten Sonntags des Kirchenjahres. In ihm stellt uns Jesus Christus auf der einen Seite Menschen vor Augen, die meinen, genau ausrechnen zu können, was in der Zukunft geschehen wird und daran am Ende doch scheitern. Und er kündigt zugleich eine Zeit an, in der Menschen sich voller Angst danach sehnen werden, diesem Leben, das sie jetzt erfahren müssen, entkommen zu können. Aber dann spricht er eben auf der anderen Seite vom Kommen des Menschensohns, von seiner Wiederkunft, die einmal den alles entscheidenden Unterschied machen wird. Ja, genau das ist die Aufgabe der christlichen Kirchen in dieser Zeit, in der Menschen voller Sorgen und Angst in die Zukunft blicken. Sie haben den wiederkommenden Christus zu verkündigen. Sie haben zu verkündigen, dass das Ziel, dem wir entgegengehen, nicht einfach bloß eine Überhitzung der Erde oder im besten Fall eine Bewahrung der Zustände auf dieser Erde ist, sondern dass das Ziel, dem wir entgegengehen, die Begegnung mit dem kommenden Herrn, Jesus Christus, ist. Wo die Kirchen die Wiederkunft ihres Herrn verschweigen und sich nur die Rettung dieser Erde auf die Fahne schreiben, da verraten sie den Auftrag, den ihnen kein geringerer als dieser wiederkommende Herr selbst gegeben hat. Wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird die Wiederkunft Jesu Christi sein. Alle werden sie auf einmal sehen können, wenn es am Ende einmal ganz hell werden wird. Ja, es werden schwere Zeiten kommen, ganz gewiss. Aber am Ende werden wir Jesus Christus sehen, denselben Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Am Ende dieser Welt wird nicht einfach der Untergang, werden nicht Chaos und Verzweiflung stehen, sondern die ausgebreiteten Hände des wiederkommenden Herrn. Nein, das bedeutet nicht, dass wir uns als Christen nicht auch um den Schutz der Umwelt und des Klimas kümmern sollten. Aber wir können das gerade deshalb tun, weil wir uns als Christen niemals von Angst und Panik treiben lassen. Greta Thunberg, die Ikone der Bewegung zur Klimarettung, hat es ja sehr deutlich gesagt, dass sie möchte, dass die Menschen Angst bekommen, weil nur die Angst sie dazu treibt, ihr Handeln zu verändern. Doch das ist ein großer Fehler. Angst lähmt, lässt uns gerade nicht handeln. Hoffnung motiviert, Hoffnung befreit. Wenn ich weiß, am Ende dieser Welt steht der kommende Jesus Christus, dann muss ich nicht mehr aus Angst handeln. Dann kann ich ganz ruhig und getrost die Aufgaben anpacken, die hier und jetzt zu tun sind. Ja, genau das ist die Aufgabe der Kirche, den Menschen, den wiederkommenden Herrn Jesus Christus zu verkündigen, ihnen zu erzählen, worauf kein Klimaforscher und kein Politiker aufgrund seiner eigenen Berechnungen jemals kommen würde. Dazu gehört dann allerdings auch die Wahrheit, dass die Kirche den Menschen zu verkündigen hat, dass wir gut daran tun, uns sehr bald auf dieses Kommen vorzubereiten, weil wir nicht wissen können, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ja, er, Jesus Christus, wird gerade dann wiederkommen, wenn die Menschen mit ihm gerade nicht rechnen, wenn sie ihn aus ihrem Denken ganz und gar ausgeklammert haben. Er, Jesus Christus, wird gerade dann wiederkommen, wenn Menschen mit allem Möglichen in ihrem Leben beschäftigt sind, mit ihrem Privatleben, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Konsum, aber nicht damit bereit zu sein für den Tag, an dem Jesus Christus aufleuchten wird wie der Blitz, für den Tag, an dem tatsächlich dann einmal die letzte Entscheidung über unser Leben fallen wird. Ob Jesus Christus tatsächlich zu unserer Rettung kommt oder ob Menschen angesichts der Begegnung mit ihm erkennen, dass sie ihr Leben total verpennt und verfehlt haben. Ja, es wird gefährlich auf dieser Erde, wenn das Klima immer wärmer wird, gar keine Frage. Aber es gibt etwas, was noch gefährlicher für uns ist, als die Folgen des Klimawandels. Noch gefährlicher ist es, wenn wir eines Tages unvorbereitet das Kommen unseres Herrn Jesus Christus erleben müssen. Nein, ausrechnen können und sollen wir es niemals, wann Jesus Christus wiederkommt. Aber wir haben dennoch immer die Möglichkeit, für sein Kommen bereit zu sein. Seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So sagt es Jesus Christus hier. Da, wo er ist, ist schon der Himmel. Da ist schon die Zukunft. Da, wo er kommt, da ist das Reich Gottes schon da. Wo er ist, da ist das Reich Gottes mitten unter uns. Da ist der Himmel schon hier und jetzt. Genau so erfahren wir es immer wieder neu, wenn wir hier im Gottesdienst zusammenkommen und miteinander den Leib und das Blut des Herrn empfangen. Es ist doch derselbe Herr, dessen Leib und Blut wir jetzt empfangen, der damals vor 2000 Jahren für uns am Kreuz seinen Leib und sein Blut in den Tod gegeben hat. Und es ist derselbe Herr, den wir jetzt hier mit unserem Mund berühren dürfen, den einmal alle Menschen in seiner ganzen Herrlichkeit sehen und vor ihm niederfallen werden. Ja, auch alle Taliban. Ja, auch Herr Khamenei. Ja, auch alle Verwaltungsrichter und Mitarbeiter im BAM. Hier bei uns im Gottesdienst bricht die Zukunft immer wieder schon an. Erfahren wir schon, wer einmal das letzte Wort in unserem Leben und in dieser Welt haben wird. Allein er, der auferstandene und wiederkommende Herr. Lassen wir uns darum durch nichts und niemand den Blick auf diesen kommenden Herrn verstellen. Nicht dadurch, dass wir glauben, wir hätten so viele Dinge in unserem Alltag zu tun, dass wir keine Zeit für die Begegnung mit ihm haben. Nicht dadurch, dass wir glauben, wir bräuchten in unserem Leben nicht mehr als einen festen Aufenthalt in Deutschland. Und auch nicht dadurch, dass wir gelähmt, dass wir wie gelähmt auf die Weltuntergangsprognosen starren, die uns aus allen möglichen Quellen erreichen. Lassen wir uns unseren Horizont immer wieder erweitern, wenn wir hier niederknien am Altar. Und machen wir uns dann ganz getrost daran, in dieser Welt zu tun, was uns möglich ist. Wir wissen doch, wem wir entgegen gehen. Dem Herrn, der stärker ist als alle Mächte und Kräfte dieser Welt. Der stärker ist selbst als der Tod. Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Amen. Amen.